Was ist die Schahada auf Arabisch? Das haben die Ahl-Ulm explizit erwähnt, dass das nicht notwendig ist. Das heißt, wenn jemand die entsprechende Bedeutung dieses Wortes ausspricht und sich dazu bekennt, dann ist das ausreichend. Und daher muss man manchmal passieren, wenn man sich manchmal betrachtet, wenn die Leute zum Islam übertreten und die Schahada nachsprechen müssen, wie sich manche damit abmühen müssen. Das ist manchmal nicht so ganz. Von daher ist es nicht notwendig, dass es auf Arabisch passiert. Aber muss man es denn aussprechen? Man muss es aussprechen? Na, man muss es aussprechen, es sei denn, man ist nicht in der Lage dazu. Zum Beispiel der Al-Ahras, der stumm ist. Das macht er. Kann er Muslim werden oder nicht? Natürlich kann er Muslim werden. Ja, bei dem reicht dann einfach die Überzeugung aus. Und muss man das in der Anwesenheit von irgendjemandem machen? Muss jemand anwesend sein? Braucht man dafür Zeugen? Komischerweise haben einige Leute auch die Vorstellung, dass das immer mit Zeugen gemacht werden muss oder dass es beim Hoja gemacht werden muss. Eigentlich ist das nicht notwendig. Das ist eine Sache zwischen dem Menschen und seinem Herrn. Das ist völlig ausreichend, wenn das für sich ausspricht. Natürlich ist es sinnvoll, dass man das in der Öffentlichkeit macht, damit die Leute Bescheid wissen, dass die Person ein Muslim ist. Aber für den Islam selbst ist das nicht notwendig. Keine Zeugen, kein Imam und auch sonst nichts wird benötigt dafür. Tahir. Vielen Dank.